Es waren einmal drei Freunde, ein Krokodil, ein Hund, ein Orca. Und dann passierte was, was noch nie geschehen war. Nämlich ein böses Ufo saß mit dem Fernrohr und wollte sie schnappen. Wow, sie versuchten zu fliehen, aber schafften es leider nicht. Wow, sie sahen ein Fernrohr, sie rannten drauf, zertrümmerten das Ufo und flogen wieder sicher zurück nach Hause. Zu Ende!